Ich bin André, technischer Außendienst Mitarbeiter der Firma KS-Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Radnabenschleifer für Radnaben mit Stehbolzen vorstellen. Dafür haben wir ein recht kompaktes, kleines Werkzeug, wo wir mit kleinen Schleifscheiben, die mit einem Klettverschluss mit dem Grundkörper verbunden werden, die Flächen der Radnaben um den Radbolzen und zwischen den Radbolzen reinigen können. Hierfür verwenden wir für den Antrieb unserer Schleifkörper eine Bohrmaschine mit einer maximalen Drehzahl von 1000 Umdrehungen, gehen dann über die Radbolzen und nach Reinigung der Fläche um den Radbolzen herum können wir die Fläche zwischen den einzelnen Radbolzen auch noch reinigen. Nach gründlichem Einsatz des Werkzeugs haben wir eine saubere, glatte Anlagefläche für unsere Bremsscheiben geschaffen und somit unsere Fläche der Radnabel bzw. Bremsscheibe für weitere Arbeiten vorbereitet.